Wir haben uns vor knapp 30 Jahren für das Konzept der Firma Springer entschieden, weil uns der technische Ablauf sehr gut gefallen hat. Also unser Anspruch war, dass wir im Schwachholzsegment, das heißt von 10 bis 30 cm Zopf, eine zentimeterweise Sortierung haben, was natürlich bedingt, dass wir eine hohe Anzahl an Boxen haben. Das wurde von der Firma Springer gelöst, indem wir zwei parallel geführte Sortierstränge installiert haben, die sehr platzsparend sind und dieses Konzept hat sich bis heute sehr, sehr gut bewährt. Verschleißteile wie Ketten, Kettenbette und so weiter sind natürlich dann und wann auszutauschen, aber die Originalmaschinen sind bis heute noch in ihrem ursprünglichen Zustand im Einsatz. Und wir sind nach und vor sehr zufrieden mit dieser Springeranlage. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018